Mein Name ist Bernhard Henn. Als Firmenkundenberater bei der Volksbank Pforzheim betreue ich viele Unternehmenskunden hier in unserer Region und begleite diese bei ihren finanziellen Herausforderungen. Ich heiße Begitta Hafner, bin geschäftsführende Gesellschafterin der Firma C. Hafner. Wir sind ein Familienunternehmen, seit über 167 Jahren am Markt tätig. Mein Name ist Marco Kienle und ich bin bei der Firma C. Hafner für den Finanzbereich und den Edelmetallhandel. Wir stehen für Edelmetall und Technologie und stellen für verschiedenste Märkte, unter anderem für die Schmuckindustrie, aber auch für technische Märkte, Edelmetallprodukte her. Gut an der Aktion Benka im Blaumann finde ich, dass er Henn einen detaillierten Einblick in den Arbeitsalltag von C. Hafner erhält. Dadurch, denke ich, versteht er das Geschäft von C. Hafner besser. Menschen und Unternehmen kennenzulernen, empfinde ich als Privileg. Zu guter Beratung gehört aktives Zuhören, eine passende Lösung für seinen Kundenbedarf und vor allen Dingen Verbindlichkeit. Eine gute Bank versteht zunächst mal für mich das Geschäft der Kunden und dazu ist diese Aktion Benka im Blaumann natürlich auch hilfreich. Ich habe heute erfahren, dass handwerklich zu arbeiten sehr reizvoll ist. Er hat sich sehr gut geschlagen, weil ich denke, interessierten und guten Einblick in unsere Geschäftsprozesse, in unsere Wertschöpfungsprozesse erhalten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Untertitelung des ZDF, 2020